Ardha-Bhujasana ist die halbe Rüsselstellung. Ardha-Bhujasana geht wie folgt. Setze dich auf den Boden und gib dann zum Beispiel den linken Fuß unter das Perineum und sitze auf der Fase. Du könntest auch dieses Gesäß etwas unterstützen mit einem Kissen, dann ist es etwas leichter. Dann hebe das rechte Bein hoch und gib die Kniekehle oder den oberen Teil des Unterschenkels um die Schulter. Greife mit dem rechten Arm um das Bein und gib die rechte Hand hinter den Nacken. So zeigt jetzt der Fuß nach vorne und ist wie der Rüssel eines Elefanten. Mit der linken Hand kannst du dich dabei etwas unterstützen, um für das Gleichgewicht zu sorgen. Die Stellung Ardha-Bhujasana wird auch genannt Hastabhujasana oder auch Ekahastabhujasana, die Rüsselstellung mit einer Hand. Die Rüsselstellung mit einer Hand. Die Rüsselstellung mit einer Hand. Vielen Dank.